bei einer gesichtspflege am morgen gibt es natürlich ein video auch zur gesichtspflege am abend die habe ich euch auch aufgenommen und losgehen soll es nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und wir sprechen heute über meine gesichtspflege am abend falls du das andere video nicht gesehen hast würde ich dir das gerne unter sie legen guckst du einfach mal hier und da findest du mein letztes video und auch unter dem i da lege ich dir eine playlist drunter über die produkte die ich heute hier in dem video verwende mache ich dir ein ordner mit dem titel gesichtspflege am abend oktober november einfach da mal reingucken wenn du mal interesse hast irgendwie so ein produkt was ich jetzt angewendet habe auszuprobieren ich habe zu fast allen produkten die ich gerade verwende videos gemacht also die neuesten natürlich ich würde es einfach sagen wir legen jetzt mal los und ich habe ein schlaues büchlein wieder dabei und am abend mache ich es meistens so dass ich eben das öl verwende entweder von balea oder von isana momentan habe ich das isana auf was ich am isana nicht mag ist der duft das öl an sich ist schon gut das ist ein bisschen flüssiger aber ich hasse den duft wie manche leute vanille oder kokosnuss hassen wenn der duft nicht werden wir es glaube ich echt am coolsten aber es ist noch nicht mal so dieses typische rose sondern das riecht irgendwie habe ich immer so ein bisschen das gefühl wie petz bonbons auch keine ahnung es erinnert mich irgendwie kann ich weiß auch nicht und das verwende ich eben weil ich tagsüber sonnenschutz drauf hat den wasserfesten sonnenschutz und der muss natürlich runter und das am allerbesten mit öl und die öle eben von balea oder isana diesen erstens günstig zweitens sind die super zum runterkriegen da hat man überhaupt keine probleme und ich werde mir auch das wieder nachkaufen aber an das balea komme ich ihr und das ist eben wegen dem duft her finde ich das so ein bisschen ich will nicht sagen schrecklich aber ich mag den duft aber einfach nicht und ich bin her gegangen und macht es inzwischen wieder mit meinen tüchlein weg dass ein bambustücher und weil mikroplastik von mikrofasertüchern natürlich weg geht und die aus bambus sind gar nicht mal so übel und funktionieren für mich auch richtig gut ich habe aber auch noch alte mikrofasertüchern natürlich auch aber kauft mir da keine neuen mehr und es gibt da in der kombination funktioniert das ganz gut einfach über das gesicht gehen und die ganze sache abtragen besonders wenn man geschminkt war ist die kombination mit dem tuch am allerbesten weiter geht's mit einer säure entweder aha bha oder pha und hier ist es aha und bha das ist das face theory produkt könnt ihr euch noch daran erinnern an den einkauf wo die flasche ausgelaufen ist ich habe den support angeschrieben und das komplette geld von der flasche zurück bekommen das ist echt mega gut also habe ich das produkt eigentlich geschenkt bekommen bloß weil ein kleines bisschen aus der flasche gefehlt hat mega gut also richtig richtig gut und das verwende ich am abend weil morgens verwende ich meistens retinol und jetzt mein retinol mal wieder leer ist kann ich sowas auch morgens mal anwenden aber für den sommer ist beispielsweise gar nichts weil eben säuren eben die haut noch mal extra reizen und deswegen packe ich mir das meistens immer in die abend routine rein das hat ganz einfach und ein sprühkopf was machst du dir um drauf wenn du so wie ich macht einfach in die hand tragen und bisschen aufs gesicht auftragen wenn du das erst in einem pet aufträgt der pet auf der extrem viel auf das wäre mir einfach zu schade da bin ich echt zu reizig muss ich sagen hierzu habe ich auch ein extra video gemacht das findest du in der playlist unter dem was ich dafür interessieren müssen ich finde dieses produkte richtig gut das kann man super easy auftragen aber ich muss halt auch sagen ich habe jetzt hier drei säure produkte in der warteliste die würde ich gerne mal anfangen und bin ganz froh wenn das produkt hier endlich mal leer ist isana serum wird nachgekauft das ist leider leer das habe ich aber auch im windes eine leer gemacht ich würde gerne dieses urea serum ausprobieren dass mehr wie eine creme wie eine leichte ist gut für die feuchtigkeit für die haut das inzwischen vegan das war anfänglich war es nicht wie gerne das probiere ich glaube ich demnächst aus wenn ich zum rossmann komme aber das performance der um das nämlich auf jeden fall auch wieder mit das habe ich das zweit ist die zweite flasche muss ich da noch mehr dazu sagen das hat nicht viel mit age zu tun das ist marketing das ist einfach blödes marketing da ist nichts drin was irgendwie sein könnte also genauso wie kosmetik geändert wird bloß weil duftstoffe drin sind ist das eben genauso großer blödsinn und das kann jeder anwenden ich hätte wenn das lehren oder hat die schenya erwähnt kaffee schenya hat auch mal erwähnt wenn es die beiden nie erwähnt in ihren videos oder instastories habe ich das mir glaube ich nie gekauft weil ich hätte mir die mühe gar nicht gemacht im laden weil ich sehe nicht mehr so gut inhaltsstoffe zu gucken und so hätte ich nie gemacht hätte ich nie mit auseinander gesetzt aber das kann ich echt empfehlen das ist top das bringt richtig schön feuchtigkeit aufs gesicht und das lebe ich halt gerade am abend und der macht das hat echt einen guten job und für knapp fünf euro kannst du echt nicht sagen noch kein video drüber gemacht kommt aber noch ich möchte noch eine weile lang ausprobieren ich glaube ich nehme das jetzt erst es gibt so ein kleines manko an das ist so ein kleines manko an dem produkt die kugel bleibt manchmal stecken so was heißt stecken sondern die blockiert so ein bisschen da muss man auf dem hand drücken wieder so ein bisschen die sache funktionell bekommen aber ansonsten ist es ein so gutes produkt ich liebe das weil ich habe dann schon festgestellt ich habe ab und zu doch so ein bisschen geschwollene augen aber nur so ein bisschen sieht irgendwie lustig aus wenn es nur an einzelnen stellen ist und wenn du dann das schön unter die augen aufträgst bock gibt nichts besseres kann man nicht unwahrscheinlich viel über das produkt sagen außer dass hier ein retinoid drin ist das gut für die augen hast du kannst bis an den wimpernkranz auftragen ich habe jetzt nicht starke falten dass man jetzt sagen könnte das ein wundermittel aber es macht schon klappt aber wie gesagt man muss halt auch sehen ich habe nicht unwahrscheinlich viele falten mit 42 weiß nicht was mit tiefen falten anstellt ich trage es gerade immer hier auf meiner zornesfalte auf will da mal ein bisschen gucken was es da noch hinbekommt dieses schritt wird für mich zukünftig wegfallen das ist die augencreme wenn die leer ist wenn ich jetzt mal keine mehr nachholen denn ich habe so hochwertige serien und produkte geschweige denn cremes dass ich mir den schritt echt sparen kann und das geld spare ich nicht auch es war definitiv eine gute augencreme nicht falsch verstehen wenn du auch trockene partien unter dem auge hast dann ist es wichtig aber bei mir ist es nicht trocken ich habe generell im ganzen gesicht eigentlich fertige partien außer hier schub ganz oft aber inzwischen habe ich da auch das so hinbekommen dass es da auch nie verschobt also einfach gute produkte verwendet gerade hier in dem bereich da gibt es einfach richtig tolle sachen und ich habe halt unter dem auge keine probleme und dann brauche ich auch nicht wirklich eine augencreme und deswegen lasse ich den schritt einfach sein und die war aber richtig gut kann ich empfehlen falls du wirklich mal was gutes brauchst albert alberde augencreme aus dieser naturschöne reihe der rest ist parfümiert dummerweise die augencreme nicht und die ist auch von der konsistenz her richtig gut also die kann wirklich was und ist nicht schlecht nächster schritt ist das face theory ölserum und da dachte ich wirklich das könnt ihr was für mich sein ich probiere es jetzt trotzdem mal aus ab das halt missachtet aber das serum ist für mich echt schwierig weil es zu fettig ist das ist echt fertig drei tropfen gehen und ich habe aber festgestellt wenn die haut drunter feucht genug ist dann geht das auch ganz gut rein mehr als drei tropfen darf ich aber nicht verwenden weil sonst liegt es auf der haut drauf und tagsüber kann ich auch nicht nehmen das soll nicht heißen dass dieses produkt schlecht ist das ist sehr gut gerade für menschen die eben eine trockene haut haben die kommen damit ich gut zurecht aber menschen wie ich die im q10 auch brauchen könnten in ihrem gesichtspflege das ist halt echt nix und da wäre es echt schön wenn sie an dieser formulierung ein bisschen was verändern könnten das ist halt für jedermann ist und nicht nur für einen hauttyp ist es halt schade ich verwende es jetzt noch wird es leer gemacht ich habe einfach eine kombination gefunden wo das ganz gut funktioniert und dieses nächste produkt ist werde ich euch jetzt zeigen letztes produkt ist die am lc und die funktioniert mit dem ölserum wunderbar zusammen die schließt die ganze geschichte echt gut ein ich muss aber bei der creme ich sagen ich hatte anfänglich bei der außen meine probleme weil ich bei den face theory produkt immer so ein bisschen die problematik habe das sind immer mehrere actives drin und manchmal möchte man halt nur ein einzelnes active aufs gesicht auftragen und das nicht schon in der creme haben das finde ich irgendwie unpraktisch aber die da kann man auch am auge auftragen da ist dies wunderbar leicht und die kann man wunderbar auf am auge auftragen habe ich alles auch schon gemacht ist eine kleine creme kostet ein bisschen mehr die habe ich auch noch nicht vorgestellt kommt aber in den nächsten tagen als eigentlich eine echt gute creme ist und die brauchst du auch nicht so viel die ist aufgeschlagen diese aufgeschlagene textur da frage ich mich ob das irgendwas bringt das macht sie hat ein bisschen leichter und besonders für hauttypen wie meine erstes dann ganz ganz okay aber dennoch stelle ich das in frage ob die creme wirklich aufgeschlagen sein muss oder nicht wer für mich jetzt kein nachkauf produkt mehr weiß da einfach bessere produkte gibt aber die macht auf jeden fall ihre aufgabe ist allerdings wie schon erwähnt ein bisschen teurer aber auch okay also unterm auge funktioniert die und wenn du halt jemand bist der ein bisschen reduziert erarbeiten möchte dann sind solche produkte hat echt nicht schlecht die nur halt mehrfach anwenden kannst du brauchst ja nicht ne morgens creme und ne abends creme dies und das das kann man auch reduziert darstellen so eine gesichtspflege routine da ist so ein produkt hat echt nicht schlecht so wie immer möchte ich an der stelle wissen wie deine gesichtspflege am abend aussieht schreibt mir das gerne mal unten in die kommentare vielleicht hast du noch irgendwelche tipps und tricks oder irgendwelche produkte die man unbedingt testen möchte schreibe das gerne unten in die kommentare da können wir ja noch ein bisschen diskutieren ich bin auch auf discord da gibt es einen skin care raum du findest den link zu meinem discord channel unten in der infobox verlinkt da guckst du einfach mal rein und da diskutieren wir wild über das thema skin care also dass man aktivste raum auf meinem discord channel muss man sich mal überlegen also falls du bock hast guckst du mal vorbei du bist herzlich eingeladen ich melde mich an der stelle wieder ab bedanke mich bei dir fürs einschalten gib mir gerne einen daumen nach oben und hinterlasst doch einen kommentar der hilft mir und meiner kanal ich sag danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal macht's gut tschüss